Wir schaffen das. Wir wollen, dass alle mitentscheiden, was alle betrifft. Ob TTIP, CETA oder Bundeswehreinsatz. Wir wollen einfach gefragt werden. Wir wollen Volksabstimmungen. Und was wir wollen, wollen mit uns immer mehr Menschen. Aber noch nicht genug. Wir wollen auch Volksinitiativen, damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, clevere Lösungen für die scheinbar so alternativlose Politik auf den Weg zu bringen. Wir schaffen das. Wir haben schon so viel geschafft. Wir haben die Spielregeln für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Volksbegehren und Volksentscheide in den Bundesländern erleichtert. Zuletzt unter anderem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Wir haben es geschafft, dass über 3,3 Millionen Menschen gegen TTIP unterzeichnet haben. Und wir haben eine Viertelmillion Menschen in Berlin auf die Straße gebracht. Wir schaffen das. Aber wir müssen noch viel, viel mehr werden, wenn wir die Gegnerschaft in der Bundesregierung bewegen wollen. Die sagen uns nämlich immer, dass sie erst etwas machen, wenn es wirklich sichtbar viele Menschen sind, die Volksabstimmungen fordern und nicht nur wünschen. Wir schaffen das, aber dazu müssen wir mehr werden. Also wir schaffen das, wenn Sie mit dabei sind. Wissen Sie, wie Sie an den Veränderungen hier im Land mitarbeiten können? Genau, mit Ihrer Mitgliedschaft. Sie können ab sofort Teil dieser wachsenden Bewegung werden. Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie unsere politische Kraft. Zeigen Sie, zeigen Sie, dass Sie mit dabei sind. Wir würden uns freuen. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie ein Was für Sie produzierenicken. Untertitelung des ZDF, 2020